Hey Leute, was geht? Ich mache mal ein ganz neues Video mit Atte! Was geht, Bro? Was geht, Bro? Guck mal, wir können hier oben, wenn wir auf Rides drücken, können wir einfach ein Bett spawnen oder was? Und dann kann man sich da draufsetzen. Was bringt das so einfach? Was gehörst du auf den Boden? Alter, ich bin da gefallen. Dann steht, man muss da oben E drücken. Warum E? Ich schwimm los, ich schwimm los! Was? Das ist so, Leute, wir haben uns ein eigenes Boot gebaut, Bro. Das ist kein Boot, das ist ein Bett, das ist viel zu gefährlich. Was ist das passiert da? Oh, oh, Ente, guck mal, wie es da krass nach unten geht. Oh nein, das überleben wir niemals. Oh, bitte nicht! Oh, bitte, wir wollen hier Wasser verrunter. Bro, was ist das? Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, 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 oh. Mein Bett geht jetzt schon kaputt, nein! Bro, das ist der Rotzü, ich rutsche noch weiter, Bro, ich rutsche noch weiter, Bro. Oh, 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 oh. Lebe ich noch, lebe ich noch? Ich sammle noch Geld auf, ich liege noch irgendwie auf dem Boden. Ich lebe noch. Bro, ich habe nur noch meine Bettsäcke und ich bin runtergeflogen jetzt. Ich komme richtig weit, Ente, ich komme richtig weit. Ich weiß nicht, wieso. Nein, Bro, ich bin auch runtergefallen, ich habe nur 102 Dollar bekommen. Hä, ich bin schon bei 170, was geht bei mir ab? Ich verstehe das nicht, ich komme richtig weit, Ente. Oha, oha, oha. Oha, 170, Bro. Ja, bei mir läuft es richtig gut, schon 200 bin ich, Ente, das ist meine allererste Runde, wirklich. Bro, du kannst dir gleich das nächste Board kaufen, Alfa. Oha, ich bin schon bei 300, ich bin schon bei 300, ich bin nur noch aufs Leiden. Nein, jetzt bin ich K.O. Danke, Bro, ich muss Geld fahren, let's go. Ich bin jetzt K.O. Und jetzt kann ich mit dem Geld, glaube ich, ein neues Boot holen, oder? Ja, hier für 100. Oder direkt für 300 kann ich das skippen. Warte mal. Ja, ich konnte das andere für 100 skippen. Was? Als ob du es so reingecheatet hast. Du hast keinen Cheat, Ente, das war Skippo. Bro, ich fahre mit dem 100-Dollar-Boot. Das geht gleich kaputt. Voran, voran, weil das so schlicht. Oha, das Auto kann man sogar lenken. Das ist richtig, Opel, Ente. Du musst das Auto holen. Ah, jetzt ist alles. Ja, Bro, ich muss erst mal 300 verdienen. Ich habe hier das Holzschiff. Das ist so schlecht, ey. Das ist echt schlecht. Wenn du das Auto holst, dann kannst du es wirklich lenken. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Aber der Typ vor mir hat einfach schon ein Haus. Das ist ja komplett heftig. Du wirst bestimmt richtig lange überleben. Bro, ich bin wieder runtergefahren mit diesem Ranzboot. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich kann mich hier ganz gut bewegen. Aber, awohl. Ah, mein Auto geht kaputt. Nein, 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 nein. Bei wie viel bist du zusammengegangen? Einfach. Aber wie viel? Bro, denkst du, dass es das nächste Geschenke gibt? Guck mal. Wie, es gibt Geschenke? Wo, wo, wo? Ich habe noch gar nichts angeguckt. Nein. Nein, Alter. Wir haben einen Greifhack. Wir haben einen Greifhack, Bro. Guck mal. Warte, ich gucke gleich, gucke gleich. Ich muss gerade hier in die Runde noch spielen. Ich muss... Nein, Alter, die Runde war viel schlechter als die davor. Oder außerdem, man will ein Freespin am Glücksrad, Bro. Okay, das muss ich alles machen. Das muss ich alles machen. Zack, zack, zack. Freespin, let's go. Und das sehe ich. 1.000. Nein, 50... Nein. Man, ich habe nur so viel das Leben bekommen für 5 Minuten, ey. Was habe ich hier bekommen? Noob, Bro. Wo ist denn der Noob? Oha, der ist voll krass. Der kostet eigentlich normalerweise 100.000 oder so, glaube ich. Nein, sag mal. Was ist denn so, Bro? Siehst du diesen riesen Noob? Das ist meine. Das ist meine. Warte, ich gehe mit drauf. Ich gehe mit drauf, Bro. Ich gehe mit drauf. Können wir alle zusammenfallen? Alter. Ja, Bro. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ich schicke fest. Warte, wie komme ich hoch? Bro, das ist ein eigenes Boot. Du musst doch jetzt raufkommen. Komm, let's go. Nein. Aber kriegst du dann gleich auch Geld. Können wir das zusammen machen hier? Bro, ich habe einen Enderhaken aktiviert. Guck mal, ich habe den in der Hand gemacht. Ich habe ihn auch in der Hand. Ich kann mir jetzt länger überleben, Bro. Ich ziehe ihn jetzt irgendwo hin. Hat das was gebracht? Können wir uns festhalten oder was? Nein. Du bist ausgestiegen, Bro. Du bist ausgestiegen, Alfa. Ich bin im Enderhaken. Nein. Bro, der Noob ist gleich kaputt gegangen, Alfa. Der ist direkt kaputt gegangen. Wow. Das hält der Plan. Das hält der Schild, Bro. Was? Das ist heftig, Bro. Das ist heftig. Ich dachte, der ist richtig krass. Okay, dann habe ich euch heftig gescannt. Ja, aber ich bin gleich hochgegangen hier. Ich verlaube noch weiter. Warte mal. Warte mal. Kann man sich Pets holen, Bro? Oh, Pets wären krass. Wir müssen mal gucken, Ante. Wir müssen uns hier mal umgucken. Gibt es hier Eier oder so? Ich glaube nicht, Ante. Man kann nur so Anzüge kaufen. Warte, Pets kostet 200 Stern oder so. Warte, Pets kostet 200 Stern oder so. Warte, wo, 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 Ante, wo? Wo ist denn die Aufzierung? Wenn du auf das Seil nichts drückst. Auf das Seil drück, Bro. Ui, da gibt es echt welche. Oh, aber ich habe noch nicht 200. Noch lange nicht. Vielleicht noch Trails habe ich auch nicht. Sonst kann man echt nichts. Aber es gibt kurz, Ante. Ich mache erst mal ohne. Was, was? Es gibt kurz? Ja, warte, ich spawne erst mal wieder den Noob. Ich will ihn noch einmal hier sehen. Auf der Krasse ist. Ich habe noch kurz das Auto gekauft, Bro. Mit dem Noob fahre ich doch mal mit. Let's go. Er ist schon da vorne. Ja. Diesmal nicht Ante hacken benutzen, sonst fliegt man raus. Ja, ja. Kein Ante hack, Bro. Vielleicht überlebt er jetzt länger. Ich bin gespannt. Komm schon, komm schon. Das muss klappen. Bitte. Und let's go. Noob, du schaffst es. Let's go, Alfa. Runterfall. Let's go. Ja. Au, Aude. Aua, Aua. Hä? Diesmal überlebt er länger, Bro. Du überlebt länger, oder? Ja, ja. Du bist so gut, Bro. Warte. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe Leben verloren. Au, 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 au. Jetzt muss ich einfach ganz... Ich bin noch auf dem Sitz, Bro. Vom Noob. Ich bin noch auf dem Sitz. Ich muss ganz weit nach vorne kommen. Ich muss wieder 300 Dollar oder so holen. Bro, Bro, Bro. Ich bin wieder weit. Ich bin wieder weit. Oh nein, ich fliege, glaube ich. Ich fliege, glaube ich, Bro. Bro, ich komme richtig weit. Ich komme richtig weit. Ja, ich bin schon mal 140. Weiter, 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 weiter. Man kann das auch ein bisschen kontrollieren, wenn du das merkst, hier mit der Satur und mit links und rechts. Ich habe 840 Stunden. Hä? Wie, wie, Bro, du Cheater? Weil ich es komplett durchgekommen bin. Sag deine Bro, Bro. Sag es ihr, Bro. Wie, du bist durchgekommen? Wie? Hä? Warte mal. Ich bin jetzt schon mal 300. Komm ich auch bis ganz bis zum Ende? Und in einer Minute, Bro, bekommen wir das nächste Geschenk. Ich bin so auf 500 Dollar. Hä? Ich bin auch ganz sind. Ich habe 1.000 bekommen. Ja. Was, Bro? Was, Bro? Aber warte mal. Ich weite jetzt bis in einer Minute das Geschenk. Bro, weil dann kann ich mir das nächste holen. Das ist krasse. Warte mal. Ich gucke mal auch nochmal. Wo ist der Shop nochmal? Hier. Was könnte ich als nächstes holen? Ich könnte doch schon irgendeine Rakete holen für 750. Nee, für 1.500. Die Rakete ist bestimmt richtig krass. Die hole ich. Ich hole die Rakete ent. Bist du bereit? Die Rakete ist gleich sauf, wenn das Geschenk und da war Bro. Das Auto, das fährt gar nicht los bei mir. Hä? Oh, ich hätte echt auf das nächste sparen können. Das Geld kommt ja schon. Endlich mal nach in die Rakete. Let's go. Tschüss, Bro. Warte mal. Lass mich einsteigen. Lass mich einsteigen. Warte mal. Bitte, bitte. Lass mich mit. Warte mal. Warte, warte, warte. Schnell, schnell, schnell. Die Rakete startet gleich, Bro. Bro, Bro, Bro. Ich komme nicht mit. Ich komme nicht mit. Nein, bitte einfach. Bitte, ich will mitgehen. Lass es da ein. Ich fall ganz normal runter. Guck mal. Das ist jetzt eine neue Map, Bro. Oha. Aber die Rakete bringt gar nichts vor. Ich dachte, die kann fliegen oder so. Die kann nicht fliegen. Was ist denn so schlechtes? Aber ich sitze noch drin. Die ist eigentlich echt stark. Bis jetzt. Aber die neue Map ist echt schwierig, glaube ich. Oh, 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 oh. Bro, ich rutsche gerade einfach runter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte, ich versuche gerade. Ja, es funktioniert aber voll gut auf der Map, glaube ich. Man kommt hier echt weit. Oh, das fliegt hier gleich raus. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein, enthacken, enthacken. Komm schon. Nein. Ach, Mann. Ich bin runtergeflogen, Bro. Bro, ich bin aber noch auf der Web. Ich glaube, ich schaffe die Web gerade einfach ohne Boot, Bro. Krass, enthacken. Nein, 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 nein. Ich bin schicke hier, Bro. Bitte, bitte. Wie viel Geld? Wie viel Geld? Wie viel Geld? Ich habe schon 800 wieder. Oh, Mann. Wie toll ist das nächste Fahrzeug? Oder vielleicht ist da irgendwas besser sogar. Hier ist eine Pizza. Nein, ich bin kurz zum Ende. Hops gegangen. Was? Nein, enthacken. Das ist sehr schade. Ich platziere noch mal die Rakete, glaube ich. Man kann die auch drehen. So, enthacken. Stopp und die Rakete. Aber ich habe das nur einen Sitz frei. Bro, ich habe jetzt auch die Rakete gekauft, Alfa. Oh, als ob du die Rakete schon hast, Bro. Okay, dann lass beide gleichzeitig starten. Du bist bereit. Los. Bereit, jetzt go. Ich starte schon. Komm schon, Rakete. Ich muss das schaffen. Let's go, let's go. Was kann man hier noch? Kann man hier noch irgendwas für Robux? Ähm, nix, enthä. So kurz gucken, Bro. Hey, du Cheater, Alfa. Du Cheater. Ich muss nur gucken, Bro. Alter, das kostet 600 Robux. Nein, das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Okay, die Rakete startet. Let's go. Die kann starten, Ente. Du musst, oder? Wenn man nicht Escape drückt. So, ich bin ausgestiegen. Nein, nein, nein. Man darf nicht Escape drücken. Nein. Bro, natürlich darfst du kein Escape drücken. Was denkst du eigentlich? Äh, ich bin ausgestiegen. Aber egal. Ich komme voll weit. Ich komme voll weit. Bei mir läuft es gut bis jetzt. Aber kannst du nicht mehr Robux? Es ist mir passiert. Ich habe einen Schaden bekommen, Bro. Ich dachte nämlich, dass ich es bis zum Ende schaffe. Ich werde es schaffen, Ente. Ah, ich kriege einen Schaden. Warum? Hör ich ja vom Boden Schaden bekommen oder so. Hä? Das war ganz komisch. Komm, wer sagt, nein, ich fahre runter. Gar nichts zu soft, ey. Komm schon, was sehe ich jetzt? Ah, ich brauche den Bus für 2500. Warte mal, kann man auch einfach ohne? Ohne Gebäude einfach runtergehen? Geht das? Jetzt probiere ich. Mann, das geht nicht. Man muss mit irgendwas runter, glaube ich. Weil ich wurde jetzt zurückgekickt. Dann nehme ich mal... Vielleicht was billigeres kaufen oder so. Oder sparen. Ich glaube, der Schulbus ist bestimmt richtig OP. Okay. Boah, ich nehme jetzt das Auto, weil das kann man steuern, Bro. Ich nehme das Auto jetzt mal. Mit dem Auto bin ich auch voll weit gekommen. Ich glaube, ich muss das Auto gleich wieder nehmen. Ich versuche jetzt einmal komplett ohne, wie weit ich jetzt komme. Und vor allem musst du jetzt den Punkt einsammeln, Bro, auf der Map, weil dann kannst du dir Pads dafür kaufen, glaube ich. Boah, stimmt. Das habe ich auch voll vergessen. Dann sammle ich jetzt wieder von... Bro, ich bin mit Pusche, hast du Bisschen? Nein, 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 nein. Aua, aua, hast du? Ich habe 140 und du? Was? Ich habe erst 84 Stück, Bro. Du bist ja schon richtig weit. Äh, Bro. Ich habe auch eben schon die ganze Zeit darauf geachtet, Bro. Die ganze Zeit versucht mitzunehmen. Was gibt es hier noch? Man könnte hier noch was für Robux kaufen. Was mache ich nicht? Gibt es noch ein Jetpack für... Ähm... Ernst, Bro, du weißt, Bro. Hey, du kommst nicht runter. Ernst, das kannst du nur 100 Robux, Bro. Das sind 1 Euro. Bro, ich habe keine Kohle, Alpha. Ernst, aber die Zuschauer wollen ja Action sehen. Ich habe es geholt, Gens. Mal gucken, was es bringt gleich. Nein, ich habe kein Geld. Das ist so unfair. Äh, ich bin sehr gespannt, was es gleich bringt. Ich habe auf jeden Fall schon mein Jetpack an. Let's go. Ich verlos, verlos. Nein, ich gehe wieder kurz zum Ziel, Bro. Gehe ich immer hops, man. Komm schon, das 99 Robux-Jetpack muss richtig krass sein, denn ich bin richtig gespannt, Bro. Ich glaube, wenn ich es benutze, werde ich richtig weit wegfliegen. Deswegen erst mal mit dem Auto weit kommen. Und dann gleich benutzen. Aber ich hoffe, das bleibt auch für immer. Oh, oh, hier ist es sehr gut. Hier ist es sehr gut. Oh, mit dem Auto bin ich ja voll OP. Du könntest doch den ganzen Tag hier so an der Seite fahren und so. Oha. Oha, das ist so, weil die Rakete ist richtig schlecht. Ja, das Auto ist tausendmal besser als die Rakete. Ich komme viel weiter mit dem Auto. Oha. Die Rakete bringt dir gar nicht mehr Punkte im Endeffekt, weißt du? Ja, das war das Problem. Aber mit dem Auto gerade aneinander. Ich fliege raus. Ich fliege raus. Jetpack, komm schon, Jetpack. Aber wo in welcher Richtung fliegt das hier? Falsche Richtung. Das ist das Ziel. Komm schon zum Ziel, bitte, Jetpack. Das Jetpack hat mir gar nichts gebracht. Das war einfach nur Geldverschwendung, sage ich ehrlich, Bro. Aber ich brauche das auch noch mal. Mann, ich bin die ganze Zeit Punkt einsammler, aber ich kriege es nicht hin, weil ich gehe auch immer kurz zu dem Ziel einfach kaputt. Mann, ich würde es einfach ganz nach hinten schaffen, Ente. Das kann nicht so schwer sein. Ja, Bro, aber ich gehe die ganze Zeit hoch. Du hast mal kurz zu dem Ziel, verliere ich alle Leben. Ich muss ganz kurz Recherchen betreiben. Ich bin, warte, ich mache hier noch einmal die Runde. Was ist so fort, Bro? Du wirst bestimmt Code suchen. Nein, Ente, das gibt es nicht. Es gibt keine Code. Kann ich jetzt schon ein Jetpack benutzen? Ja, das geht gar nicht. Doch, ich kann es. Ah, wo ist es? Ich brauche es. Ja, ich kann ein bisschen hochfliegen. Oh, das ist ja voll OP. Let's go, let's go. Aber es funktioniert nicht die ganze Zeit. Nein, es ist schon leer. Okay, Leute, das Jetpack ist nicht so OP, wie ich dachte. Es ist leider schon leer. Nein, jetzt bin ich schon da. Ja, oder was muss ich drücken für die Doppel-Lehrtaste oder so? Ah, Lehrtaste muss ich drücken. Nicht mit der Maus. Das funktioniert auch die ganze Zeit. Ja. Komm schon, Leute, bitte funktioniert das. Bitte funktioniert das. Und? Oh, gar nichts. Hast du Codes gefunden, Bro, oder was? Ich habe ein bisschen recherchiert, denn, kann ich nur sagen, Bro. Weißt du, wenn... Ah, 200 Sterne. Ja, ich kann aus, die ausmachen. Let's go. Was, du hast du? Du hast deine Codes eingelöst. Ich habe eine Taschenlampe bekommen. Was will ich mit der Taschenlampe? Eine Taschenlampe bringt mir gar nichts. Skateboards. Oh, jetzt kann man keine richtig viele Sachen freischalten. Wenn man hier ein bisschen recherchiert und seine Hausaufgaben... Bro, die blockiert ja alles. Ich kann gar nicht weiterfahren. Hey, was habe ich jetzt alles freigeschaltet? Warte mal. Wo ist das alles? Hier, oder was? Mal gucken. Ich habe hier irgendeine Burg freigeschaltet. Guck mal, Ente. Oha. Oha, wie groß ist die, Bro? Was? Komm mit rein, Ente. Warte, warte. Ich schoppe doch einmal runter, dann komme ich mit rein. Weil ich gehe jetzt gleich. Ich hoffe, ich bin gleich... Mein Auto ist gleich kaputt gegangen. Man hat hier zwei Sitze, sehe ich gerade. Ich sitze auf dem ersten. Und rechts gibt es noch den zweiten Sitz. Ich warte auf dich. Okay, ich bin aufs Gericht. Nein! Die fangen alleine los. Die fangen alleine los. Mach schnell, Ente. Los, Ente, Ente, Ente. Du musst rechte Seite hoch. Rechte Seite hoch. Hier gibt es einen Sitz. Komm, Ente, lass mich hochgehen, Ente. Bro, ich komme nicht mehr rein. Jetzt. Nein, 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 nein. Ich kann nicht schossen. Ente, 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 Ente. Ente, Ente, Ente. Nein! Jetzt fahre ich ohne dich los, Bro. Ich bin gleich recht. Ja! Ich bin jetzt ins, Bro. Sehr nice, Ente. Ich glaube, damit kommen wir locker bis zum Ziel, Ente. Locker. Guck mal, wie viel das hat. Let's go, bitte. Oh, oh, oh. Nein! Wir haben uns schon getrennt, Ente. Nein! Bitte. Die Tiere waren kaputt. Bro, die Burkett verlange durch. Die hat richtig lange aus. Jetzt kann ich mir noch mal einen Jackpack benutzen. Ja! Komm schon, ich muss bis ganz da hinten kommen. Ich verliere auch kaum Leben, sehe ich gerade. Ich komme richtig weit. Ja! Ich kann jetzt schon gleich das nächste auszuholen. So viele Stöne kriege ich gerade. Wo sieht man seine Lehm, Bro? Wo sieht man seine Lehm, Bro? Oben rechts, oben rechts, oben rechts, Ente. Rührt das durch gar nichts. Ach so, ja, dann hast du 100% Leben. Oha, oha, warte, ich schaffst du. Ich glaube, ich schaffst du, ich schaffst du, ich schaffst du, ich glaube, ich, Bro. Warte, ich rutsche gerade auch an der Seite. Ich glaube, ich kann es auch schaffen. Bitte, wir müssen es einmal hier durchschaffen auf dieser Map. Ich habe es geschafft, Bro. Ich habe es geschafft. Dank deiner Puka habe ich ein Wind geholt. Nice, 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 nice. Nein! Ich war auch fast am Ziel. Da vorne war das Ziel. Schau, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Mann, ey. Dann versuche ich es noch mit einem anderen Gebäude. Das nächste Geschenk. Und warte, wir haben ein Medipack bekommen, Bro. Wir können uns dann heilen. Boah, das ist ja komplette Opel, wenn man sich heilen kann. Bis zum Ziel. Das ist bestimmt richtig krass. Kann man das so einmal benutzen, oder wie? Ich glaube schon. Warte mal, guck mal, was ich hier noch platzieren kann. Komm jetzt in den Schulbus, Bro. Guck mal, was ist das denn? Hä, wo hast du das, Bro? Ich weiß nicht, ich soll die Codes bekommen. Let's go. Let's go, lass damit fahren, Bro. Boah, guck dir mal die neue Rutsche ein. Was ist das hier? Was geht ab? Das sieht richtig heftig aus. Oh, oh. Ich hoffe, wir überleben das, Bro. Let's. Bist du dir sicher? Guck mal, da vorne ist das Ziel schon. Man sieht das da vorne schon leuchten. Ist gar nicht so weit, die Mem. Aber, Bro, ich glaube, wir gibt es wieder Ziele, was einen kaputt machen kann. Nein, wir halten das gut aus, glaube ich. Guck mal, das geht nicht kaputt. Nein, 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 Bro, ich bin weggeblieben. Ich bin noch drauf. Nein, das ist nicht mehr. Schnell, 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 hochfliegen, Leute. Warte, ich nehme die Backstipp. Nein, ich bin aufs Gap, bevor ich Medipack benutze. Medikiert habe ich benutzt. Ich habe es benutzt, ich habe es benutzt. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ich kann es, glaube ich, jetzt zum Ziel schaffen mit meinen Items hier. Nice, 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 nice. Komm schon. Bro, ich war jetzt mit dem Schulbus von mir, Bro. Nice. Oh, den Schulbus habe ich auch noch nicht. Ich muss gleich auch holen. So, ich will es jetzt einmal bis zum Ziel schaffen. Komm schon, links ist auf der Map hier. Bitte uns. Ich schaffe es an den Schiffs. Ja. 1.000 Dollar habe ich bekommen. Was? Oha, Bro, ich bin jetzt mit dem Schulbus unterwegs. Und ich habe wieder das nächste Dings bekommen vom AI. Da gibt es ja keine Haustiere. Da gibt es nur auch Gegenstände und so. Jetzt habe ich eine große Taschenlampe oder was? Ähm, okay. Wie fährt man mit der Taschenlampe? Kann man sich da irgendwo reinsetzen? Wie funktioniert die? Oh, es sind vier Sitze. Ente, bist du schon losgefahren? Bin schon losgefahren, Bro. Okay, dann fahre ich auch los. Ich kriege wieder zu viel Damage. Nein, 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 nicht mal. Weh die Pack, der kriegt wieder zu viel Damage. Ich fahre jetzt hier mit der OP-Taschenlampe. Ente, wie ist der Schulbus? Ist der OP oder lohnt er sich nicht? Boah, ich finde, der lohnt sich eigentlich gar nicht so krass, Bro. Ich habe nicht mal 200 für das Kaufen gleich. Dann spare ich lieber für das Haus, weil ich glaube, das Haus muss richtig viel überleben. Boah, der Schulbus ist voll doof, bis du auf dem Fahrer sitzt. Bis dauert das immer viel zu lange. Ja, stimmt, stimmt. Boah, die Taschenlampe ist aber richtig gut. Sie hält richtig viel durch. Oha. Ich glaube, ich könnte wieder bis zum Ziel kommen. Dann kriege ich wieder die 1000 voll. Bitte, Leute, bitte, Leute. Der andere ist schon weg, glaube ich. Ja, der hat sich überlebt. Ich glaube, ich habe die richtige Seite ausgewählt. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind fast unten, wir sind fast unten. Leute, ich schaffe es schon wieder. Es ist zweimal hintereinander. Dein Bus war so schlecht, Bro. Ich habe so... Ich sehe gerade den Bus. Bist du da drin? Nein, Bro, ich bin schon lange rausgeschanzt. Und ich bin aufs gegangen vom Ziel. Ich bin gleich am Ziel. Ich bin gleich am Ziel. Ich schaffe es. Was? Also, hast du es geparkt oder wie? Ja. Oha, zweimal hintereinander direkt wieder fast 1000 dazu gewonnen. Bro, wir können 1000 Geld kleben. Oha, jetzt habe ich 5000 Ente. Ich kann mich schon die Villa erforderen, steht da. Ich kann mir die kaufen. Ich kann mir die leisten. Warte mal, wo ist denn hier die Villa? Es gibt erst mal das Haus und dann die Villa. Ich hole die Villa, Ente. Let's go. Was? Du, schon eine Villa. Wie OP. Guck dir das an, Ente. Das ist die Villa. Aber wie kommt man da rein? Was ist mit dem Bus? Aber der Bus ist ja mega schlecht. Man fliegt die ganze Zeit so schnell raus aus dem Auto. Wie kommt man denn in die Villa rein? Ich komme gar nicht rein. Nein, das geht gar nicht. Tschüss zu. Was soll das? Das ist gar nicht gut. Warum kann man nicht da rein? Ich glaube, ich schaffe es in dem Schulbus. Ich glaube, ich schaffe es in dem Schulbus, Bro. Jetzt bekomme ich in die Villa rein, die ich gekauft habe. Mein Bus bringt, mein Bus bringt. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Ja. Oh, halt's ab. Nice. Hä? Die ist reingekommen. Nein, doch nicht. Oh, nein, 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 nein. Ich rutsche jetzt einfach mit der Villa. Die Villa war voll der Scam, Bro. Und jetzt sind meine Items weg. Meine Items sind weg. Alles. Ist dein Mad Kid unser auch verschwunden? Nee, das ist doch da, Bro. Bei mir ist es verschwunden. Ich weiß nicht, wieso. Nein, das ist gar nicht gut. Nein. Hä? Jetzt habe ich wieder alles. Das war ganz komisch. Vielleicht war das gerade auch einfach nur ein Bug, Leute. So, ich platziere nochmal die Villa. So, ich muss jetzt irgendwie reinkommen. Bitte. Ich habe gleich 200, Bro. Dann kann ich hier nicht auch was öffnen. Hä? Warte mal, Alter. Kann man auch mehrere Sachen spawnen? Man kann auch mehrere Sachen spawnen. Ach, nee. Man muss nicht mal warten. Das finde ich gerade doof, dass ich nicht in die Villa reingehen kann, Leute. Ich weiß nicht wie. Egal, warte. Ich gucke mal noch die anderen Sachen an, die ich hier gezogen habe. Das habe ich noch nicht benutzt. Ach, hier steht auch, womit man gewonnen hat. Mit welchen ist man durchgeschafft. Wie kann ich jetzt Reboot-CV holen, Alter? Warte mal ganz kurz. Wo kannst du die Reboot holen, eigentlich? Ich habe ein Skateboard geholt. Dann sind wir jetzt mitfahren. Ich habe ein Buch bekommen, Bro. Sie kommen jetzt auf Skateboards. Ich dachte jetzt, ob ich ein Freeze bin gleich, Alfa. Aber das ging nicht. Schade. So, wir fahren uns mit einem riesen Skateboard. Das müssen wir doch locker schaffen. Ich bin dabei, Bro. Ich habe ein Buch freigestellt. Das muss ich dir auch gleich zeigen. Ich fahre auf jeden Fall mit. Alfa, es gibt ein Entenboot, Bro. Ein Entenboot? Nein, wo? Doch, Bro. Das ist bei mir drin. Das muss der Entenboot. Alter, Alter. Wir sind schon aufgeteilt. Bro, das Gip und war ja mega doof. Das ist komplett doof. Hä? Das hat sich gar nicht gelohnt. Das hat schon gleich alles kaputt gemacht jetzt. Oh, 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 oh. Ich versuche trotzdem jetzt irgendwie bis zum Ende zu kommen. Ich habe mein Jetpack hier noch ein bisschen. Sondern da seid ihr vorbeispringen und so. Oh nein, da habe ich Schaden bekommen. Nein, 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 nein. Ich muss durchschaffen, durchschaffen, durch. Nein. Ach, Mann, ich bin unten durchgefallen. Schade. Okay, das war gar nicht gut, das Skateboard. Warte, ich kann hier, glaube ich, schon das nächste claimen. Ich kann hier so einen Luftballon claimen. Oh, guck mal, das ist das Entenboot. Was geht da? Entenboot. Oh, ich bin bereit, Alter. Alter, let's go. Abfahrt, einfach. Das Entenboot sieht richtig nice aus. Ich muss doch einmal das hier gleich testen, diese Cola. Das ist die Cola-OP. Let's go mit dem Entenboot. Oh. Abfahrt, let's go. Komm schon, wir müssen das Ziel. Schaut, bitte. Wir schaffen das. Oh, oh. Ente, aua, aua. Ich habe schon Schaden bekommen, Ente. Ich habe schon Schaden bekommen. Ente. Wir sind schon auseinander. Das ist gar nicht gut, Bro. Und das Luftballon bringt auch nichts. Das war so schlecht, ey. Oh, voll hängen, voll hängen. Das funktioniert. Und jetzt ein bisschen hochspringen, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, Jetpack ist nicht so OP, Ente. Sag ich dir ehrlich. Man kann damit ein bisschen umgehen, aber ach nein, wieder nicht überlebt. Ente, sag an, ich tu das Entenboot. Jetzt nehmen wir das Buch, Bro. Let's go. Warte, ich habe mit, ich habe mit, ich habe mit. Bro, komm, man kann in das Buch rein. Das ist doch mega stark, Bro. Guck mal, aber es fett geschützt hier drin. Boah, das ist echt heftig, das Buch. Das muss richtig viel auseinandersetzen. Aber eigentlich müssen wir das drehen, weil dann werden wir noch besser. Dann kriegen wir gar kein Damage. Nein, das dreht sich doch eh gleich. Jetzt geht es richtig ab. Oh, 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 oh. Los. Let's go. Let's go. Bitte, 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 bitte. Oh, 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 es sieht gut aus, es sieht gut aus, Ente. Es sieht gut aus. Vielleicht kommen wir bis zum Ziel mit dem Buch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das zeigt voll viel aus. Sehr nice. Oh, das zeigt richtig gut, das zeigt richtig gut bis jetzt. Ich habe nur ein bisschen Schaden bekommen, aber sonst. Das Buch an sich. Hey, das überlebt richtig viel. Das ist voll OP. Der Winnipeg noch, Bro. Da vorne ist das Ziel, da vorne ist schon das Ziel, Ente. Da vorne ist schon das Ziel. Bro, ich glaube, das Buch ist ein Cheat-Code, Bro. Oha, niemals. Wir haben es geschafft. Was? Hä? Ente, passiert das Buch nochmal. Ja, warte mal, wir können sogar oben was claimen, Bro. Ich habe gerade einen Frosch bekommen. Ich kann gerade noch nichts claimen irgendwie. Oh, das hat mir einen riesen Jet. Privatjet einfach. Guck mal, Alter, da ist ein Frosch, Bro. Komm bitte auf den Frosch. Ich bin auf den Privatjet, Ente. Warte mal, ich fliege hier kurz. Viel Spaß mit dem Frosch, Ente. Komm bitte, Froschi. Tschüssi. Tschüss, Frosch. Wir fliegen los. Wir heben ab. Frosch, wie schön ist der Jet, Bro? Hä, hä? Wir fliegen aber in die falsche Richtung. Wo fliegst du hin? Wir fliegen in die falsche Richtung. Was soll das? Nein, oh, wir sind K.O. Was soll das denn? Wer konnte das nicht so gut lenken? Wie ist der Frosch, Ente? Oh, geht so. Hey, Mann, Leute, das mit der Villa nervt mich zu tun. Hier noch irgendwas? Ich habe jetzt auch das Enteboot freigeschaltet. Liegst du, aber auf dem Kalender kannst du den Frosch freischalten. Ah, okay, gucke ich gleich. Hier kann ich auch noch irgendwie rein. Okay, let's go, Leute. Mit einer riesen Cola-Dose. Ich habe eine Cola-Dose. Hier ist der Frosch. Klein. Zack, jetzt habe ich auch den Frosch. Bist du mit dem Frosch weitgekommen? Ich habe einen Ballon bekommen, Bro. Den habe ich ja auch, den Ballon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der bringt nichts. Hat er das mit dem Frosch zum Ziel geschafft, oder nicht? Nein, ich will nur mal das Buch. Ja, das Buch war op-erend. Ich sage dir ehrlich, das Buch ist es. Muss ich voll halten, schnell. Das war voll geil. Und jetzt kommt schon den Rest. Muss ich so überleben, Leute. Vielleicht auch hier mit dem Luftballon. Mit dem Luftballon bleibt man länger oben, glaube ich. Oder? Glaub ich auch. Ja, okay, das ist op. Hä? Nein, die Rutsche hat sich geändert. Mann, ich bin gerade so weit gekommen mit der Cola-Dose. Ich platziere die nochmal. Let's go. So, hier kommt man rein. Ich bin drin. Nein, der will das am Privat-Shirt. Ich will da mitfahren. Komm ich raus, komm ich raus. Bitte, bitte, bitte. Nein, ich komme nicht mehr raus. Nein, das Privat-Shirt ist bestimmt richtig op. Da hat jemand auch ein Buch. Mal gucken, wer jetzt hier bis zum Ziel schafft. Oh, das fliegt einfach durch. Oh, der Privat-Shirt hat es richtig drauf. Leute, verspringt den ersten Teil richtig extrem. Wo kriegt man das Flugzeug hier? Wie toll ist das? Woher hat er das? Ja, echt. Müssen wir gleich gucken. Ich will das auf jeden Fall auch haben. Oh, das ist die Regenbogenrutsche. Komm schon, Cola-Dose. Wir schaffen das, Cola-Dose. Bis zum Ziel. Wird es eben auch schaffen können. Leider hat sich die Map geändert. Wow, wow. Nice, nice, nice. Das läuft noch sehr gut. Nein, ich fliege mit dem Buch raus. Was? Nein, okay. Dann war das Buch nur für die letzte Map gut. Aber nicht für diese. So, einmal hochfliegen hier mit meinem Jetpack. Und dann Balloon nehmen. So, jetzt fliegen wir richtig langsam. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was passiert hier? So, nice. Dann wieder Jetpack hochfliegen ein bisschen. Oh, ich glaube, ich komme bis zum... Oh, wo ist denn das Ziel? Das ist richtig, die Map. Was? Ja, die ist richtig groß. Oha, man muss bis da ganz nach hinten kommen. Bro, ich stecke jetzt bitte den Jet ein. Wo ist der? Wo ist der? Ich will mitkommen. Nein, steh in deinem Jet. Bitte. Also, nehmt schon ab, Bro. Es ist zu spät. Ja, ich habe mich angehangen. Ich habe mich angehangen. Ich bin hinten drauf. Ich fliege mit euch. Ich fliege mit euch, Bro. Und der fliegt uns ins Wohin. Nein. Warte, ich muss hochfliegen. Ich muss hochfliegen. Bitte, bitte, bitte. Ich muss überleben. Bitte. Nein. Ach, Mann. Das ist bestimmt voll schwierig zu lenken. Der Pilot ist richtig schlecht gewesen. Ja, der kann das, glaube ich, echt nicht gut. Der Frosch hat mir auch schon. Kann ich schon was Neues holen? Was? Wir müssen auch irgendwie in die Villa reinkommen. Aber wie? Ich versuche jetzt hier in der Ecke. Komm einfach nicht rein. Ich verstehe nicht, wieso. Die Tür kann ich auch nicht aufmachen. Wir fahren los, Alter. Nein. Was? Ich halte mich fest mit dem Enterhaken. Let's go. Ich auch, Bro. Ich auch, Bro. Wir schaffen das. Vielleicht kann man da auch gar nicht rein. Aber da drin sind doch Sitze. Irgendwie muss man doch da reinkommen. Es geht los, Bro. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich habe mich gerade reingebauten in die Villa, glaube ich, Bro. Ich will auch rein. Nein, ich kriege Damage. Ich kriege Damage. Jetzt ist die Ecke kaputt. Tschüss, Enter, Bro. Ich fliege weiter. Das war's. Nein. Ich fliege weiter. Ah, ich kriege so viel Schaden. Ja, voll gehalten. Nice. Bitte, ich muss einmal bis nach hinten schaffen. Ich glaube, das bringt richtig viel Geld. Wenn man das schafft. Man muss einfach hier nur konzentriert spielen. Oh, 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 oh. Nicht zu viel Schaden kriegen. So, Leute. Ich darf hier einfach nichts berühren. Einfach nichts berühren. Oh, nein, nein, nein. Das war's. Ach, Mann, ey. 400 habe ich jetzt bekommen. Wir waren immer noch nicht am Ziel. Das kann doch nicht was sein. Hey, gib, 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 gib. Toiland. Aber der kostet 399 Robots. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Oh, ich bin auf so einen Riesenturm. Was ist das? So ein Parkhaus, glaube ich. Oh, warte, 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 da vorne. Oh, das ist so, das ist der nächste Baumgerüst, Bro. Oh, ich bin einfach drauf. Das musst du schon richtig viel aushalten. Oh, ha. Ich helfe mich da dran. Ich helfe mich da dran. Ich helfe mich da dran, Bro. Oh, ich seh dich, Bro. Let's go. Das kann niemals kaputt gehen. Hör, da vorne ist eine Villa. Das ist das normale Haus. Das Haus hätte ich auch holen können. Aber ich habe die Villa geholt. In das Haus kann man, glaube ich, reingehen. Ich kriege Damage, Bro. Ich kriege Damage. Nein, ich kriege so viel Damage. Ich lebe noch, ich lebe noch auf dem Gerüst. Nein, ich fliege aus. Hochfliegen, 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 hochfliegen. Ballon, Ballon, Ballon. Und rüber, rüber mit Enterhaken. Benut, Benut, ich bin gleich Hauptstar. Ach, Mann, ey. Ich fahre jetzt hier einfach mit dem Noob mit. Let's go. Oh, ich muss einmal bis zum Ziel kommen. Oh, Mann, ich komm mit, Bro. Ich steig ein, warte. Nein, nein, nein. Ich komm nicht hoch. Jetzt, jetzt, jetzt. Wenn wir bis zum Ziel kommen, dann kann ich gleich das Haus holen. Ich hole lieber nochmal das Haus, wenn ich 500 voll hab. Weil ich glaube, das überlebt viel mehr. Let's go, wir schaffen das. Let's go. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Er hat schon seine Arme verloren. Oh, nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich muss bis zum Ziel kommen. Komm schon, ich brauche 500, Leute. Ich muss 500 voll kriegen. Oh, denn du bist komplett kaputt gegangen. Nein. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Niemals aufgeben. So, einmal voll heilen. Zack, jetzt ein bisschen hochfliegen. Zur Seite ein bisschen. Ballon benutzen. So, Leute, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht zu viel Schaden kriegen. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, komm schon. Weiter, 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 weiter. Ich schaffe das. Ich schaffe das, Ente. Komm schon, let's go. Heilen, 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 Bro. Ich habe schon 300 Dollar. Ich brauche 500, ich brauche 500, bitte. Komm schon, komm schon. Nein, 370. Das darf doch nicht wahr sein. Ballon, 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 Bro. Komm schon, Bro. Ich bin gerade an der Seite für den Rund. Das ist ein Riesenpiratenschiff. Das muss richtig OP sein. Was ist so, Bro, was ist so, Bro. Oh, ich würde mich lieber oben hinsetzen sollen. Egal, ich bin unten. Das wird nicht gut enden, glaube ich. Oh, mein Riesenpiratenschiff. Let's go. Bro, ich lebe doch, ich lebe doch, ich lebe doch, Bro. Ich lebe doch, bitte, bitte. Komm schon, komm schon weiter. Was, schon einmal am Ziellente? Nee, das ist auf der Rundschule nicht, aber ich schaffe es gleich. Vielleicht, bitte, bitte, bitte. Ich will es einmal schaffen. Es kann doch nicht unmöglich sein. Mit irgendeinem muss man es doch schaffen können. Oh, das Piratenschiff ist, glaube ich, echt gut. Jetzt habe ich mich wieder, Bro. Ich bin gleich im Ziel. Ich bin gleich im Ziel, aber ganz langsam. Ich schaffe es, glaube ich, auch. Warte. Komm schon weiter, weiter, Piratenschiff. Weiter. Der Demskehörte ist auch noch oben drauf. Ich habe es geschafft, Bro. Ja. Wie viel hast du bekommen, wie viel hast du bekommen, Bro? Ich glaube, es ist 300, Bro. Auf der Map ist das heftig. Weil hier bis zum Ziel zu kommen ist auch, glaube ich, am schwierigsten von allen bis jetzt. Oh, das Schiff ist richtig OP, hä? Wir haben es richtig vielleicht jetzt schon so geschafft. Jetzt kann ich hier noch mein Jetpack und alles benutzen. Ballon. Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, ich kann, glaube ich, auch mit zum Ziel. Niemals. Das ist voll weit weg. Ey, kann ich nicht schneller dahin irgendwie? Geht über den Burgermobil, Bro. Dann bin ich dann endlich am Ziel. Das dauert richtig lange. Bist du auch so lange gerutscht? Du hast den Burgermobil mit der Eimenspielerin. Du hast mich alleine gelassen. Nein, nur noch 20 Sekunden, dann ist ein Map weg. Bitte, ich muss in 20 Sekunden schon da drüben sein. Bitte, 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 bitte. 15 Sekunden noch. So, dann schaffe ich es niemals runter. Nein, ich schaffe es nicht bis zum Ziel. Komm schon, schneller, mach schneller, bitte. 10 Sekunden noch. Nein, 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 ich brauche das Geld. Bitte, 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 bitte. Ich schaffe es nicht. Das darf doch nicht wahr sein. 4, 3, 2, 1. Ich hätte über 1.000 bekommen. Was soll das? Nein, 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 nein. Das will ich nicht platzieren. So, ich habe jetzt das Haus geholt. Gut, let's go. Da können wir aber hoffentlich reingehen. Nicht so wie in die Villa. Ja, hier kann man rein. Ich komme mit, ich bin da. Wir schaffen das Glocker mit dem Arm. Das Haus ist OP. Oha, da hat jemand so ein OP-Schiff. So ein Jet. Oha, das sieht heftig aus. Kann er mit fliegen? Wenn ja, dann wäre das heftig. Noch eigentlich irgendwas Neues noch freigeschaltet. Müssen wir gleich gucken. Komm schon, das Haus muss doch richtig viel aushalten. Es ist, glaube ich, ein Papphaus oder so ein Lego-Haus. Das geht ja voll schnell kaputt. Oh, wo, wo, wo? Geht, 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 geht. Woher noch leben wir? Ich sitze hier noch. Also auf jeden Fall ohne dem Haus. Aber mir geht es doch gut, glaube ich, Leute. Oh, 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 nein, 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 nein. Ich bin doch in deinem Haus drin. Ich muss hier einmal mich vollhängen. Aber mir sieht es aber sehr gut aus. Nein! Bro, ich bin doch in deinem Haus drin. Nein, ich bin aus der Map raus. Ach, mein. Alpha, ich bin doch in deinem Haus drin. Vielleicht schaffe ich es. Nein, sie gönnen dir, Bro, mit dem Haus. Das habe ich noch nicht getestet. Diesen Turm hier. Das ist ein riesen Bagger. Kann ich ganz nach oben gehen? Man kann hier ganz nach oben gehen. Guck mal, ich habe so einen Turm gespawnt. Was, Bro? Yes! Mit dem muss ich doch locker zum Ziel kommen. Wer schafft es? Entweder der Bagger oder unser Turm. Ich glaube, ich komme ins Ziel. Bro, ich komme ins Ziel, glaube ich. Alter. Ey, Leute, dass ich gerade nichts zum Ziel geschafft habe, Leute. Das glaube ich nicht. 1100 bekommen für den Win. Ja! Oh, 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 oh. Oh, der Turm ist, glaube ich, voll OP. Oh, 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 oh. Hier geht nichts kaputt. Noch steht hier alles, Leute. Mein Sitz ist gerade irgendwie in der Luft. Aber noch sieht es gut aus. Komm schon, bis zum Ziel. Bitte, bis zum Ziel. Bitte, 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 bitte. Oh, 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 oh. Da habe ich Schaden bekommen. Aber ich sitze immer noch hier drauf. Ich habe dir eine Katze gekauft, Bro. Die will ich sehen, die will ich sehen. Die für 6500. Komm zum Spawn. Ja, ich habe mir die Katze geholt. Ich hätte mir lieber das Haus holen sollen, glaube ich. Nein, ich glaube, das ist besser, die Katze. Weil die ist teure, Ente. Die ist bestimmt besser. Komm bitte auf die Bia Mio. Ich hätte mir das nächste Haus kaufen können. Nein, 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 ich fliege raus, ich fliege raus, ich fliege raus, bitte. Ich bin der Wasser am Ziel. Ah, Mann. Bis nach der Ente. Warte, ich freue mich. Die Katze fährt los. Nein. Ich komme wieder zurück. Ich komme wieder zurück. Dann warte ich auf dich. Oh, Mann, ey. Können wir vielleicht noch irgendwas Neues jetzt zu lange machen? Guck, hier ist die Katze, Bro. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, let's go. Warte, ich stecke ein. Oh, vorne ist nur ein Platz, oder? Egal, dann bleibe ich hier. Let's go. Katze, Katze. Komm schon. Let's go, Miau, Miau. Die Blau, Miau muss richtig weit schaffen. Komm schon, Miau, Miau. Wir glauben nicht, Miau, Miau. Wir schaffen das. No, 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 no. Los. Komm schon, kommt schon, Katze. Oh, der Katze geht es auch gut. Der Katze geht es auch gut. Oh, oh, oh. Was passiert mit der Katze da? Oh, der gleich ist der Kopf ab. Nein. Ey, das hat 6500 gekostet. Komm schon, Katze, bitte. Du musst doch krasser sein. Da vorne ist ein Hausente. Wohle, wohle, wohle. So schlecht ist sie nicht. So schlecht ist sie nicht. Ja, noch ist die Katze sehr gut. Am Ende, ich glaube, der Kopf... Wow, da ist die Katze gerade geflogen. Ich bin auch auf der Katze drauf. Ich bin auch auf der Katze drauf. Ich bin auch auf ein Stückchen vom Kopf drauf, Flo. Ich schaffe es bis zum Ziel, glaube ich, mit der Katze. Nein, nein, nicht rauslegen, nicht rauslegen. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Komm schon, Katze, mach weiter. Geh weiter, Katze. Komm schon, Katze. Ich fliege aus. Bitte einmal. Nein. Bitte, ich glaube, ich gehe auf, Bro. Ich kriege nichts Neues mehr. Wir haben ja die Burgen, die gleichen Sachen. Aber wir haben es falsch geschafft, Leute. Wir haben viel freigeschaltet. Fast die Hälfte ungefähr. Lasst mich, wenn euch das Video gefallen hat. Vergebt es zu abonnieren. Keine weiteren Videos vom Kanal. So, wir passen schon bei uns zu bein. Und ich sage Tschüss. Ciao.